Hi, heute machen wir das 3-3-3-Dribbling. Dazu dribbeln wir dreimal mit der rechten Hand, dann machen wir drei Handwechsel vor dem Körper, dass wir auf der linken Hand sind und dann drei Dribblings mit links. Dann wieder Handwechsel, drei Dribblings, drei Handwechsel, immer so weiter. Das ganze machen wir fünf bis zehn Durchgänge, könnt ihr hier aussuchen und ein Durchgang ist immer, wenn wir quasi einmal wieder zurück sind. Das heißt, wir fangen jetzt an und werden jetzt wieder in der zweiten Runde. Dritte Runde, vierte Runde und ein letztes nochmal. Viel Spaß dabei! Dritte Runde